Was ist momentan los auf der Welt? Unklarheit, Unsicherheit und immer mehr Unruhen. Kann so etwas zum absoluten Flächenbrand führen? Das haben wir in der Geschichte immer wieder schon mal gesehen. So etwas kann zum Flächenbrand werden. Aber ganz unabhängig, wie die Situation im Außengrad ist, du kannst trotzdem im eigenen Frieden sein, du kannst in der eigenen Gelassenheit sein und du kannst dir deine ganz persönliche innere Wahrheit bilden. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Wenn man derzeit mit Menschen spricht, sieht man sehr schnell, es gibt sehr viele verschiedene, sehr konträre Meinungen. Und jeder hat das Gefühl, dass er recht hat. Aber was stimmt jetzt und was stimmt nicht? Und jetzt die ersten drei Punkte. Wie findet man seinen eigenen Frieden? Und da passt die Aussage, wenn du selber brennst, dann hast du das Gefühl, alles um dich brennt. Das heißt, wenn wir jetzt zu viel nach außen schauen und selber unrund sind, also den eigenen Frieden nicht haben, nachher merkt man sehr schnell, wir laufen unrund. Es befeuert unseren eigenen Unfrieden. Und darum, Punkt zwei, wohin geht deine Aufmerksamkeit? Wenn deine Aufmerksamkeit zu 95 Prozent nach außen geht, nachher findest du deinen Frieden nicht. Weil den Frieden finden wir nur in uns. Und im Außen ist jetzt Unruhe und Unfrieden. Das heißt, jetzt müssen wir uns ausrichten. Unseren Fokus auf uns richten. Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Wo kommt bei dir Energie und Lebensfreude? Beschäftige dich mit diesen Dingen und weniger mit dem Fokus nach außen, also mehr Fokus nach innen. Informiere dich über die aktuelle Situation. Aber Achtung, glaub nicht alles, was du siehst und glaub nicht alles, was du hörst. Und vor allem, glaub nicht alles, was du denkst. Denn es gibt ein weit besseres Mittel oder Möglichkeit, deine eigene Wahrheit zu bilden. Jeder hat jetzt das Gefühl, Recht zu haben. Was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr? Probiere mal, alle die Informationen einfach wertungsfrei stehen zu lassen. Beobachte die Dinge einfach, aber werte nicht. Und lass die Informationen oder die Meinungen einfach sein. Und, jetzt das Allerwichtigste, frag dein Gefühl, was ist wahr und was ist nicht wahr? Frag dein Bauchgefühl, das hat übrigens immer recht, das weißt du, was ist wirklich wahr? Was steckt dahinter? Und ist das stimmig für mich oder ist es nicht stimmig für mich? Und nachher sortiere ganz klar aus. Und behalte dir deine eigene persönliche Wahrheit. Und lass alles andere einfach stehen. Und fokussiere dich auf dich, auf deinen inneren Frieden. Und in diesem Video siehst du, wie dieses Jahr dein Bestes werden kann. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Vierte Servus. Mach's gut.